Susan Sideropoulos, 42, kehrt zu GZSZ zurück Mit dieser Hammer-Nachricht überraschte die Schauspielerin jetzt ihre Fans. Vor über zehn Jahren war sie aus der Daily ausgestiegen. Ihre Figur Verena starb damals einen tragischen Serientod. Nun wird sie, genau wie in dem GZSZ-Ableger Leon, glaubt nicht alles, was du siehst, als Verenas Doppelgängerin Sarah in die Sendung zurückkehren. Susan ist über ihr Comeback ans Set mindestens ebenso glücklich wie die Fans. Im RTL-Interview berichtete die Frohnatur, Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich soweit. Weiter verriet Susan Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint. Wie denkt ihr GZSZ-Schatz Daniel Felo, 47, aka Leon über Susans Rückkehr? Dass sie uns wieder am Berliner Kiez begleiten wird, sorgt für die ganz große Begeisterung. Auch bei mir, schwärmte der Schauspieler. Doch wie wird Philipp reagieren, wenn er das erste Mal auf Sarah trifft? Diese Frage können die Zuschauer sich ab dem 18. Januar beantworten, wenn die erste Folge mit der zurückgekehrten Susan im TV läuft. Das ist ja, wenn es die Finanzkriege war im Film geht. Untertitelung des ZDF, 2020